hallo freunde und willkommen zurück auf dem kanal von b&b und ja es ist anfang februar anfang februar oder anfang des monats gibt es immer bei uns ja ein paar unboxings und es ist wieder soweit alexa rote alarm und ja diesmal haben wir die brandnews die neue abo box da und schauen wir doch gleich mal rein aufgeschnitten habe ich es schon bisschen werbung ist ja eigentlich immer okay und das thema heißt sommerliche frühlings naschereien gucken wir mal rein es sieht definitiv nach nascherei aus sommerlich ich kann ich kann immer nach also nummer happy crunch premium kursen magic forest wild berry und buchweizen natürlich biozertifiziert und was haben wir denn da ja inhaltsstoffe haferflocken agavesirup buchweizen sonnenblumenöl also ich sag mal generell es ist etwas typisches denkmal zu frühstücken feine sache nummer zwei die frechen freunde schauen dass der es unscharf stellt die frechen freunde geeignet ab acht monaten ja gut man entwickelt sich ja also man altert ja quasi nur seit beginn und irgendwann haben wir dann wieder die fähige situation das sind auf jeden fall kokos knusper varianten mit multi korn ohne zucker zusatz und wie ihr seht natürlich auch bio ok deja vu blendet ein bisschen werden von der kamera auch das selbige ja warum nicht ich meine das sind jetzt auch nur 50 gramm drin also heißt 100 gramm ja dann was jasperi bio jasperi 3 mix eine aus ein ausgewogener mix aus jasperi reis und vollkorn jasmin reis ja ist ein reis natürlich glutenfrei 100 prozent vollkorn und muss man halt einfach mal testen ich meine reis passt das ja so vielen gerichten wir machen es auch relativ regelmäßig von dem her schöne sache jetzt kommt was damit kann ich glaube ich jetzt noch nicht so viel anfangen aber ich bin gespannt deswegen sind die boxen ja auch immer so schön maniok maniok vegan fertig gekocht marco umverpackt glutenfrei maniok maniok lässt sich einfach zubereiten maniok ist die kartoffel südamerikas und lässt sich auch so vielfältig verarbeiten brat maniok ne cool wenn man auf jeden fall probieren weil man lernt nie aus dann beauty sweeties mit coenzym q10 aloe vera und biotin sollst du die dinger jetzt essen oder die ins gesicht patschen den auf jeden fall vegan glutenfrei fettfrei laktose frei natur pur ich bin gespannt was soll ich sagen ich bin einfach nur gespannt dann haben wir einen single cookie performance kakao mandel zutaten mangel getrocknete datteln ahornsirup roh kakao kakao nips vanille und leidenschaft so diesmal ist wirklich also wirklich zum knabber dabei coconut kaffee kaffee cappuccino pure organic quality no sugar added vegan ja sein ja ein getränk ja jetzt noch mal was anderes alexa spiel meine oma fährt im hühnerstall motorrad also alle die jetzt eine alexa daheim haben schön 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 hört es euch an genießt das sind die klassiker unserer kindheit dann nature valley nut butter kakao haselnuss das sind so cookies absolut neu die stück sind da drin ja was sind was darf in keiner box fehlen was erwähne ich mit so einem stellenwert jedes mal genau der tee hana saki made with love frucht fennichel tee ja 20 t packs ja tee haben wir haben wir haben wir ja das finde ich wiederum richtig gut shivers english orange marmelade kann die was besonderes kann die sprechen ist die besonders scheint einfach nur neu zu sein estimated cambridge england 1873 schivers ja und das war's auch schon jetzt schauen wir mal ob wir hier zumindest noch so ein paar drei sie finden ja gehen wir mal so ein bisschen durch ich sehe jetzt auch nicht dass das alles wird doch das könnte also also und wenn ich hätte 3 euro 20 und der performance cookie 2 euro 49 die frechen freunde was waren die hier die gummi bärchen wie man sich wahlweise also ja ich werde probieren also 299 nur korrekt zu sein die gummi bärchen wie man sich wahlweise also ja ich werde probieren vielleicht schmecke ich das coenzym q10 auch raus 1 99 happy crunch 349 die marmelade die marmelade 269 der reis bier 49 der drink dr antonio martins kokonat kaffee cappuccino 1 89 ja und dann das hier aber jetzt lese ich auch erst genau was es ist das sind es nur vorlesen juka loko loka fritten die juka loka fritten sind eine aufregende und gesunde alternative zu herkömmlichen dritten außen cross innen weich so weiß wie die nährstoffreiche pommes variante aus maniok zu begeistern diese dritten garantieren verrückten pommes spaß aus südamerika ja das war es wieder soweit das kistchen kommt ja noch mehr es kommt ja dann noch trendrader wird irgendwann kommen und die neue get digital für die nerd ecke also ich finde es immer klasse was da drin ist no doubt about das finde ich spannend ich habe noch nie maniok fritten gegessen ich bin gespannt ich lasse euch wissen wie es ist ansonsten würde ich sagen wünsche ich euch einen sonnigen tag und der bär ist raus ciao